Na sowas! Der Tierpark ist ja ganz leer. Kein einziger Besucher. Bei der See- und Fütterung war der Tierpfleger ganz allein und selbst der Spielplatz ist leer. Aber Heini, das ist doch wegen des Virus. Alle sollen zu Hause bleiben, damit sie sich und andere nicht anstecken. Stimmt! Gut, dass ihr Kinder euch daran haltet. Dann werden wir beide einmal nach unseren Tieren sehen. Habt ihr Lust, uns von zu Hause aus dabei zuzuschauen? Dann schaut bald wieder vorbei. Tschüss! Untertitelung des ZDF für funk, 2017